Anjanyasana, auch genannt Anjaniasana, die Stellung von Anjani. Ananta zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Du streckst also die Beine nach vorne aus, hältst die Fersen auf dem Boden und die Zehen zeigen entweder nach oben oder zu dir hin. Dann bringst du beide Hände unter das Gesäß, indem du die Handflächen in Richtung Gesäß bringst und Handrücken ist auf dem Boden. Du setzt dich praktisch auf die Hände. Dann richtest du die Wirbelsäule ganz auf und bringst die Ellbogen nahe zusammen. Du schaust zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Diese Stellung soll helfen, gerade zu bleiben und Schütteln zu vermeiden. Manchmal gibt es Menschen, die im Zuge von intensiver Yoga-Praxis anfangen zu schütteln und irgendwelche Bewegungen machen. Anjanyasana soll helfen, dass der Körper wieder stabil wird. Anjanyasana ist auch ähnlich wie Karpatyasana, welches du auch in unserem Wiki finden kannst. Anjanyasana ist übrigens die Bezeichnung für die Mutter von Hanuman. Hanuman, der Affengott. Deshalb wird diese Stellung auch manchmal als Affenmutterstellung bezeichnet. Anjanyasana ist der Name der Mutter von Hanuman. Deshalb heißt auch Hanuman Anjaneya. Mehr Informationen über Anjanyasana und alle Sitzhaltungen, auch verschiedenen Variationen des Langsitzes,